Von 2011 bis 2018 fuhr ich einen Smart Roadster. Klar interessierte ich mich da auch für die Marke und die Geschichte des Autos. So besuchte ich 2013 auch die Smart Times in Luzern. Dort sah ich dann den letzten Smart Roadster V6 Biturbo. Der Motor ist eigentlich aus zwei herkömmlichen 3-Zylinder-Motoren entstanden. Dazu musste natürlich einiges angepasst werden. Das Auto ist leider nie über die Kleinserie hinausgekommen. Das dürfte an der aufwendigen Wartung liegen. Zum Ölwechsel musste zum Beispiel der Motor ausgebaut werden. Lauschen wir jetzt noch ein bisschen dem Motorgeräusch, was sich doch arg von dem normalen Smart unterscheidet. Technische Daten und Hintergrundinformationen findest du auf meiner Website. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Mach's gut. Tschüss. Bleib gesund.